Also ich bin Robin Schwenzfeier, ich bin von der Rennbuckel Realschule und an unserem Tisch kam öfters auf, dass die Politiker sagen, ja es ist ja scheiße, dass ihr Schwenz dann an diesem Freitag in der Woche, dass ihr den ganzen Schultag dadurch verpasst in der Schule. Und unser Lehrer hatte eigentlich eine sehr gute Idee, er hat gleich bei unserem Rektor für den nächsten Fridays for Future Tag eine Exkursion eingereicht und unser Rektor hat die freigegeben und hat uns damit hier direkt zum Marktplatz gelotst, als ganze Klasse und dann konnten wir daran teilnehmen und niemand musste schwänzen. Alle waren glücklich, Lehrer, Schüler, alle die Demonstranten, ich denke das ist eine gute Lösung.